Ich fahre ein bisschen die Dreck darauf nach Lofa, das ist immer mal... Hallo Brü! Ja genau, ich bin dein Audi da. BMW 335i, geht dahi! Ich bin auf dem Ford, wenn er das erste Mal gefahren hat für einen Monat. Und der hat auch so keine Schalldürfen, der hat da so ein Plus und da ein Minus und der ist voll komisch gewesen. Das hat man auch noch ganz geworfen. Hey Dere, was geht? Ich brauche Verzügerung, also eine Sekunde. Na ja, das ist echt ein Getriebe. Das heißt, wenn ich jetzt im ersten Fall, ist der zweite Gang schon eingelegt. Okay. Das ist cool, da warte ich die sechste Mal. Was? Echt? So, das ist schon passiert. Okay, jetzt. Oh, nein. Nein, das ist schon passiert. Da, 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 da. Da, da. Da, da, da. Da, 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 da da! Da, da, da drin ist, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da. Da, da, da da, da, da.